Und herzlich willkommen zurück bei ATMC. Heute wieder Minecraft Together, der Dabi Basti wird gleich auch nachjoinen. Ja, äh, was soll ich noch mal eingeben? Das andere Teller ist es. At etmc.eu und dann dein Passwort. Das will ich jetzt nicht sagen, sonst weil ich in Aufnahme bin. So, mal eben hier die ganzen Steine holen schon mal. Ah, die wissen ja eigentlich mein Passwort. Das Passwort weißt du doch. Ja, aber die nicht. Ja, deswegen solltest du dir auch nicht sagen. Was heißt nicht dann? ATMC.com. Eben. Alter, Punkt eben. Passwort ist bei dir. Passwort ist das richtige Sache, was du dir ausgerufen hast. So. Und diesmal wird die Folge natürlich nicht so lang. Es war auch gerade nur außersehen, dass wir sie so lange gemacht haben, weil ich vergessen habe, dass... Ja, ich bin drauf. Ja, aber kannst du jetzt auch joinen. Aber ich habe dir nochmal neu geschickt. Und selbst wenn, weil ständig neue, also ständig Leute joinen, die hier eigentlich nichts zu tun, nichts mit dem Freck zu tun haben. Ich habe jetzt mal das wieder angemacht, was ich noch mal was gemacht hatte. So, da kann man jetzt immer drauf schreiben. Ja. Ja. Ich habe es dir auch erstellt, die E-Mail-Adresse. So, ich überlege gerade. Genau, wir könnten gleich am Haus weiter machen. Ja, ich komme rein. So, ich komme rein. Okay, ich komme rein. So, da ist jetzt alles rein gejoint, gerade. Du. Nein, wer noch, weil du besser, dass da hier kommen, kaum Leute wollen. Ja, ich habe Whitelist reingemacht, ich habe es noch erzählt. So, da kann ich ja nicht rein, oder? Nur ich. Nur wir beiden. Nur die, die auf dieser Liste stehen. Termino, den müsste ich erst reinschreiben. Also jeder, der will mich halt erst anfragen. Und mit dem, ach ja, nur für euch Zuschauer, wir haben noch eine Mine gefunden, durch so eine Schlucht, ja, Spalte. Und die, ich gehe schon mal da runter und ich tue hier, wenn es nicht mehr ist, kann kommen. Mal nach, jetzt, tu mal eben paar Steinchen hier wieder weg, ich bin nicht mal, die braucht. Oh, ich wollte jetzt, ich komme gleich. Also ich wollte hier erst mal eben und weiterbauen, nämlich. Also eigentlich hat er schon, inzwischen gesehen, aber naja, wir wollten es noch so machen, dass ihr auch. Wow, heiliges Herz, ich bin gerade runtergesprungen, das ist noch ein halbes Herz, wie geil. Das ist auch nicht geil, das ist scheiße eigentlich. Du hast es schließlich überlebt, so meine ich das. Ah, es ist noch eine zweite, oder ist die Abschuldung? Ja, also eine zweite. Okay, dann wartet es doch. Ach, du heiligescheiße. Du hast es, bis ich das komme. Alter, was die Geile, da muss ich echt einen Wegpunkt setzen, du kannst gar nicht. Was kann gar nicht. Kannst du den Wegpunkt setzen? Ja, weißt du, ja, ich meine, jetzt zu markieren. Ach so. So. So, das ist ein Beispiel mit Kopf, da und nur damit. Oh, ich habe noch eine Schauf, ach so jetzt. Das ist ja wohl, gerade so leicht. Jo, warum? Und nicht nur, tun wir uns allen bei MCO-Stick und 20. Jo, und da versuche ich dann auch schon ein neues Mikro zu holen. Äh, wenn wir jetzt nicht mal in einer Großstadt sind, wir wohnen in einer Kleinstadt, da ist, also. Wo überhaupt nicht? Irgendwo in Thüringen. Jo, Eisenberg. Keine Ahnung, wo das liegt. Das liegt fast am Ende der Grenze. Also. Kurz vor, äh, wie heißt das Bundesliga? Äh, wie heißt das andere Land da noch? Tschechien. Sachsen-Romio. Ja, Tschechien. Ist in der Nähe, genau. Ja, Tschechien, ja. Tschechien, ja. Tschechien, da ungefähr. Sachsen-Tschechien, ungefähr. Ich wohne in der Nähe von den Niederlanden. Also, sind wir ganz schön weit. Sie sagen extra, nee, weil wir wollen nicht ganz genau sagen, wo wir wollen, oder? Ja, das können wir ja auch springen. So, das ist hier zu bauen, einfach mal mehr. So, ich hab mal in den Let's Play angeguckt, da hat er gesagt, du darfst aber es niemandem schon weitersagen. Da sagt er, sag mal, vor übelst vielen Leuten, weil die ja Let's Play gemacht haben. Na? Ja, okay. Ach, genau, ich muss schon nachher mal den Weg, und angucken, ob ich mich jetzt weitergebaut habe. Ich hab das aber wieder vergessen, was ich so gesagt habe. Das ist mal auch Gold. Ach, hier ist Gold, ich bin gerade. Gut, kannst du abkommen. Mach du. Mach verkaufen. So, wie ich sag, warum wollen wir uns jetzt hier runter? Dann komm jetzt zu mir und dann die Zuschauer das zu zeigen. Kann ich gleich machen. So, la 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 la. Aber hier hör mal immer die Tastatur, ey. Was bei mir? Ja, ich hör mal immer deine Tastatur. Dann muss ich mich für entschuldigen. Wenn du schreibst. Wenn du schreibst. So kacke, wir haben keine Stufen mehr. Ne, egal. Sieht aber schon mal geil aus. Guck so gleich. Mach deine aber mal Treppen. Mach deine aber mal Treppen. Mach deine aber mal Treppen. Mach deine, was hast du immer gemacht? Äh, ich hab dich weitergebaut. Äh, ich hab dich weitergebaut. Äh, und ich hab uns da gerade auf Screen ein paar Blumengoles. Echt cool, hab ich gleich gemacht. Ja, die hab ich ja noch im Inventar. Da hab ich nicht gehört. Das war die Zeit kurz bevor, bevor das Saber gestoppt ist. Aber ist doch geil, dass man ihn direkt wieder startet. Und so ist mal Dias Weißen, du hast den Schluck Eingang gebaut. Äh, ja, reicht dann. Aber erst mal wäre ich hier noch ein bisschen verschöner, die Schluck. So ja, eine geile Schluck sein. Okay. Ja, sie hat eigentlich gerade nicht so wichtig, oder warum? Brauchen wir jetzt unbedingt. Ja, Dias in Gott. Ja, Dias in Gott. Und ich sollte mal in Vollkisten noch machen. Wenn ich jetzt eine finde, dann sei ich ganz neu. Warte, ich mach jetzt erstmal. Aber notwendig. Machen wir jetzt erstmal. Machen wir jetzt erstmal. Eine Kiste. Und eine weitere Kiste. Jetzt noch eine Spalte. Alter. Ich will mich doch verarschen. Hier besteht nur eine Spalten. Und, äh, ich hab ja jetzt Kisten schon drauf. So eine Spalte gefunden. Gut. Und, äh, ich hab vielleicht vor, dass wir hier erstmal unser Lager hier in der Ecke vorm Fenster verlagern. Was weiß ich, wo bei Gott? Alter, wir sind eigentlich voll die Bitter, ey, wir kriegen. Eigentlich hab ich mal voll die Haupt, weil, äh, äh, weil überall schlank, ja hab ich mir jetzt immer eine Spalte gefunden. Ja, ich hab auch einer gefunden. Ja, ich hab auch einer gefunden. Ja, ich hab auch einer gefunden. Ja, ich hab jetzt insgesamt von zwei Stück habe ich schon gefunden. Zwei Stück habe ich schon gefunden. Ich selber, das gesamte Teil. Ja, wir haben noch nicht, warte ich über die Schrift jetzt schon. Und, äh, ich hab jetzt Kobelsdor und weiß was das ist? Ja, Stein halt. Also nur Kobelsdor oder nur Pflasterstein meine ich jetzt. Ja. Und Holz ist halt alles, was mit Holz zu tun hat. Aber ich schreib auch immer bei, was da rein gehört. Und, ich glaub, die Folge wird dann sein, äh, 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 letztes Bild, äh, ähm, also lasst uns Kisten bauen oder hier irgendwie Equipment bauen. Für euch. Also, du weißt euch mal. Bei mir würde ich, äh, machen würden zu. Ich such grad Holz. Okay, du, das nach, kannst du vielleicht nachher sie auch Holz fahren? Eine Frage recht. Ja, die darfst du nur nicht abbauen? Ich weiß. Also, wie machen wir das? Ich überlege grad, wie man das am Kriegst und sich ist nach komm. Ich hab' den, äh, 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 den. so dass ich nicht nur an der ersten Kistensysteme komplett aus Quatsch so mit dem Schilder zu machen all das passt wirklich ganz genau sogar mit dem Equipment was ich habe ob es da um für drei Schilder schon es ist noch gereicht so ich mache jetzt eine RZ-Kiste da gehst du aber immer erstmal nie rein warum äh ich kann das selber einfach einschalten ja nur immer fragen ich schreibe jetzt Erde Sand und Kieschen ja kein Kompostor mehr äh du bist in einer Höhle das weißt du schon so also ein paar Sachen mehr holen schon mal ich sollte ich jetzt mal in den Kisten müssen ich brauche hier nur gerade einen Wegschwimmel ach genau und ich mach hier ich will nicht kurz mach nur die Ärzte doch vor und lass es nicht hier kommen also ich mach einmal Stein und einmal Kabel so da komm dann aber jetzt ist das Schild ich hab's mir dann am Ende an hat er dann auch die oder nicht der Hauptstadt der Hauptstadt der Hauptstadt ich bin ich nicht ich bin ich genau du hast ja so bei den Natura noch zwei Dinger Kisten das war gut man kann den Weg von der und richtig schön sehen ich war jetzt in der ersten Bodentiefen Fenster die habe ich jetzt weggemacht ich will nämlich hier vorne unser Lager haben vielleicht er ich bin noch nicht mal ganz die Schlacht abgelaufen und schon habe ich zwei Spalten gefunden ich bin ich bin ich bin ich bin ein ich bin ich bin und wenn dann werden wir klopfen über die Anifragung machen mal um Kohleblöcke warum ich gern das in die Aussehen na, wegen Platz die ziehen nicht so viel Platz und Kohle Kohle ist unter Erzeln ja so mein Kiesbeerkräum du hast Kohle auch achso, du hast einfach nur ja, ist gut jetzt fängt es schon an, ich mach alle Kisten auf dem Ziel und ich wundern, du hast ja noch Equipment in deiner Kisten, die hab ich jetzt auch aus Gold mach ich jetzt nachher eine Equipment-Kiste wenn ich gleich Zeit hab Equipment? ja, für Werkzeuge und sowas halt ist alles mögliche äh, schon, das ist ja mal, es gibt so viele Sprachen, mein Gott zum Beispiel äh, da mach ich mehr, unter Essen kommen auch die Samen ok da will ich lieber eine extra machen ja, erstmal mein ich jetzt so, da kommt hier Equipment rein hm, das hab ich ja auch hier im besten Stall cool äh, und mit Glas äh, Glas kommt aber erstmal bei Sand mit rein, ok weil, die wird ja aus Sand gemacht, hab ich mir gedacht, erstmal so, so mag ich mir viele Folgen ja schon am Vorwort sich grad aufnehmen so, Essen, 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 weil dann ist nämlich jetzt meine Kiste auch mal ein bisschen Lehrer und dann gucken wie lange die Folge schon ja, ich glaub das ist dann, ähm ja, die Kisten, ähm Lagerbau aber komm erst mal nach runter ja, kann ich doch sofort, bin noch je bald fertig ich bin schon ob ich kann man eigentlich noch mal absenken da kann man halt noch mal auswählen da kann man halt noch mal auswählen mein Magnus das war schon es gibt es gibt ein auch und setzt ihn kommen auch bei Holzreihen wenn die Führung bei uns was ist oder auch mal schalten was sie dann auch mit Scheidern ich guck gleich jetzt muss ich noch machen ich will ich bin das war noch eine Art nachgehen und dann auch meine er in der Zeit und das neue Erkrankungen so also und für den großen Werkzeugen haben einen aus der Kiste und sie sind erst mal da oben und Prozent du sollst nachher der Holzfahnden weil ich so jetzt müssen Holz noch es ist wichtig der ersten Teil der Mannen in den Bauen in der Ende der Minden abend ja ich meine könnte ich nicht weiterbauen es ist mehr Frauen und machte es noch 4 auf die Sorte reichen aber auch nur 6 sieben Kisten so da machen wir auch und durch den und Mensch und schieb es so aber dann eine steilte Erkrankung Skyblock Verordnungen was das war am Ort um was ich habe mal mehr zu machen die ist aber dann mal einmal nachher aber ich habe das zu gern so ist es auch noch er hat das als ich es dann genau an die wappen und gepasst noch so ist er aber nicht ganz schön und die Lernstattung zwei 300 Folgen ein Jahr ungefähr pro Staffel also die hier wird jetzt noch ungefähr ein Jahr gegen die Stattung so aber die machen wir sonstiges Christen da kommt erst mal alles andere rein was weiß ich nicht als ich sonst alles was in der Monekisten passt und ich mache also falls die Sachen hast ich sollte die ein okay weil sie nicht sicher bist das hier rein Sitzleutern bist du Alter muss ich jetzt hier wie weit genau und ich wollte mir gleich mal flechten Bogenschmarr machen Prozent okay äh ich bräuchte Werkzeug, ich komme jetzt mal hoch da kannst du nur mehr mit runterholen mach ich gleich Werkzeuge sind hinten ein paar Enerkistische wie viel Steinerpil ich kann da mal halt hoch und dann kann man ja noch ein bisschen und ich mache mal zwei Bögen Prozent ich muss ich haben da kann die doch hier und kann man mal ich habe eine Adresse-Textur-Pack-Trenner das stimmt ich habe vergessen mach ich nachher und die Hühnerin sind nachher und lässt noch mal ein paar wenn ein paar was ich mache machen muss doch den machen st was ich hab doch nur gesagt dass er netz wenn er also und damit wir noch ein paar feine kriegen weil ich habe jetzt schon einen Bogen komplett und bei dir liegt jetzt auch schon mal Bogen drin nur du hast noch nichts weiteres dafür halt Prozent 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 so Prozent die Sand das ist doch da Prozent St was sie dann abgefahren Karrieren kann es mir gleich hinlegen so manche ich jetzt bei mir die Farben schluss wenn sie gewöhnt werden dann er kommt aber dass die einigkehrende trug der euch doch gesagt so zu ihm machen Prozent das war ein dabei aber es war ein weil ich habe eine Erlösung falsch macht so was Pio da war ich nicht mehr das kann so müssen ein so machen Koppel 3 und nicht anhand auch nicht kannst du doch nachgucken er hat sich in die Klinik und kam es doch nicht in der Ecke bei Holz es gibt er hat mich gar nicht ja das macht er er hat er zu kommen und es stimmt ja es hat sich gleich am besten in Marko war ich nach unten jetzt schon eine größere Zuckerhofer der Einwanderung geht bei der Natur nur noch nicht auch nicht es war zu nehmen doch nicht mach ich gleich der mädchen auch manchen bis 19 Minuten wird es jetzt in der Hand machen ja das ist gut das nicht erinnert so ein ich weiß nicht was haben wir jetzt mehr gemacht so ist das wovon solchen Screenshot machen Kistensysteme oder Farben äh Kisten dann komm mal her störe ich Leon ist ja ich bin schreibst du ihm ja eben so warte mit meiner Spezialkomite so so jetzt komm mal bitte 5 warte jetzt beeil' dich ja mach ich mal E-Mail kommst jetzt hallo ein bisschen drehen noch so hallo ja und ein Stückchen zur Seite wenn ein Stückchen genau so fällig ich will mich sagen sehen wir uns im nächsten Part lasst ein Abo da haut rein und ciao ja Do 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 do!